Was ist die optimale Bestellmenge? Was ist die optimale Bestellmenge? Tückische Frage hier. Die optimale Bestellmenge ist die, nehmen wir an, wir sind in der mündlichen Prüfung, werden das hier gefragt, ist die Kostenminimale Bestellmenge. Wir haben es nämlich hier zu tun mit zwei gegenläufigen Kostengrößen. Wir haben es zu tun mit den Bestellkosten und den Lagerkosten. Und die optimale Bestellmenge, wie kann man das sagen? Die optimale Bestellmenge liegt irgendwo in der Mitte. Die liegt irgendwo in der Mitte zwischen einer sehr großen und einer sehr kleinen Bestellmenge. Oder Bestellmenge, um ganz präzise zu sein. Warum? Bei einer sehr großen Bestellung habe ich nur einmal die Bestellkosten, aber dann sehr hohe Lagerkosten. Wenn ich sehr kleine Bestellungen tätige, habe ich immer wieder Bestellkosten. Also insgesamt sehr hohe Bestellkosten und jeweils dann kleinere Lagerkosten. Diese beiden Kostengrößen sind also im Prinzip gegenläufig. Also kann man sagen, die optimale Bestellmenge. Die optimale Bestellmenge ist die Bestellmenge, nehmen wir den Begriff hier, ist die Menge, Komma bei der. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Die optimale Bestellmenge ist die Menge, bei der Bestellkosten, wenn ich große Bestellungen tätige, habe ich nur einmal Bestellkosten pro Bestellung und deswegen auch wenig Bestellkosten. Wenn ich viele kleine Bestellungen tätige, habe ich hohe Bestellkosten. Bei der Bestellkosten und Lagerkosten. Wenn ich kleine Bestellungen tätige, habe ich zwar hohe Bestellkosten, aber geringere Lagerkosten. Wenn ich große Bestellungen tätige, habe ich große Lagerkosten, aber geringe Bestellkosten. Bei der Bestellkosten und Lagerkosten, und jetzt kommt das Entscheidende, in der Summe, also beide Kostengrößen zusammen betrachtet, in der Summe minimal sind. Das ist die optimale Bestellmenge. Und das ist die kürzeste Antwort, die man, oder die treffendste Antwort, die man in einer mündlichen Prüfung hier geben kann, ohne das Ganze jetzt groß noch zu zeichnen. Ja, die optimale Bestellmenge ist die Menge, bei der zwei Kostengrößen, ja, zwei Kostengrößen, nämlich die Bestellkosten und die Lagerkosten insgesamt, also in der Summe, man kann auch kürzer sagen, insgesamt minimal sind. Ja, das wäre eine super Antwort in der mündlichen Prüfung. Die muss aber nicht direkt wie aus der Pistole geschossen kommen, sondern man kann ein bisschen ausholen. Und man kann sagen, bei der optimalen Bestellmenge, nun, da geht es ja um zwei Kostenarten. Ja, die optimale Bestellmenge bezieht sich auf zwei Kostenarten. Einmal die Bestellkosten, die natürlich gering sind, wenn ich einmal eine große Bestellung tätige. Aber die andere Kostenart, die Lagerkosten, sind natürlich hoch, wenn ich einmal eine große Bestellung tätige. Und umgekehrt ist es, wenn ich viele kleine Bestellungen tätige, habe ich viele hohe Bestellkosten insgesamt und geringere Lagerkosten. Also es geht darum, diese beiden Kostenarten insgesamt zu minimieren. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.